So, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Modul Asset Management und wir beschäftigen uns weiterhin mit dem Capital Asset Pricing Model, zu kurz CAPM. Heute wollen wir erneut den Beta-Faktor bestimmen, so wie eine Rendite-Messung vornehmen. Dazu habe ich folgende Übungsaufgabe aus der Übungsveranstaltung, die ich besucht habe, mitgebracht. Und zwar betrachten Sie die folgende Tabelle, die die erwartete Rendite eines Wertpapieranalysts in zwei Aktien für zwei Marktrenditen darstellt. Wir haben hier eine aggressive Aktie, wie auch eine defensive Aktie mit entsprechenden Prozentangaben, minus 2%, 38%, 6% und 12%. Dazu in Verbindung die Marktrendite mit 5% und 25%. Zwei Aufgabenteile erwarten uns. Erster Aufgabenteil, wir sollen die Betas der Aktien bestimmen. Und zweiter Aufgabenteil, wir sollen die erwartete Rendite für jede Aktie bestimmen, wenn die Marktrendite ebenso wahrscheinlich 5% oder 5% beträgt. Hier sollen wir einfach nur einen Durchschnitt bilden. Und ja, das zeige ich jetzt im Laufe des Videos, wie das funktioniert. Ihr könnt das wieder gut für eine Karteikarte nutzen. Das sind zwei Formeln, die ihr euch aneignen solltet. Ein-, zweimal durchgerechnet und denke ich, sitzt das für die Klausur auch. Ja, wenn ihr noch weiteren Input zum CAPM braucht, dann schaut immer gerne auf unserem Channel in der Playlist Asset Management um. So wie auf unserer Webseite, denn dort findet ihr einen Fragenkatalog zu diesem Modul. Ansonsten wie immer alles weitere unterhalb des Videos in der Videobeschreibung zu finden. Und für Fragen, Kritiken, Anregungen etc. immer gerne die Kommentare nutzen. Aufgabenteil Nr. A. Wir sollen die Betas bestimmen. So, für A brauchen wir einmal Beta mit Asset. Ich mache mal hier so ein I hin für die jeweilige Aktie dann. So, und dann brauchen wir die Aktie. Und hier bestimmen wir das Delta, also die Differenz bzw. der Unterschied der beiden Prozentwerte. Und dann einmal die Marktrendite. Das schreibe ich jetzt auch nochmal aus. Marktrendite. Und ja, hier dann auch einmal das Delta dann bestimmen. So, wir sollten einmal für die aggressive Aktie nehmen wir den Index A und für die defensive Aktie D bietet sich, denke ich, an. Jo, und dann können wir direkt hier losrechnen. Und zwar Beta A. Hätten wir dann das Delta. Wären hier dann die 0,38 minus den kleineren Prozentwert. In diesem Fall müssen wir allerdings Plus rechnen, denn wir haben ein Negativ vor unseren 2% und zwei Negative heben sich auf. Dementsprechend plus 0,02. Ihr könnt auch Prozentwerten das Ganze hier angeben. Das macht hier keinen Unterschied oder als Dezimalzahl. So, das Ganze dividieren durch den Unterschied der Marktrenditen, durch das Delta der Marktrenditen. Wir nehmen einen größeren Wert wieder. 0,25 minus 0,05. Wichtig noch, das sei noch gesagt, wenn ihr jetzt sagt, ey, ich will jetzt den Unterschied berechnen, indem ich hier die 38% zu den minus 2% betrachte und ich als erstes die 38% nehme, dann sollte ich bei einer Marktrendite auch zunächst hier den unteren Wert nehmen und dann hier den kleinen dann entsprechend abziehen. Je nachdem, ob hier negativ vor ist. So, das nur dazu. Ihr könnt es nämlich auch umgekehrt berechnen in den Unterschied. Dann einmal Beta D und größere Wert hier sind dann eben die 0,12. Und dann hier Unterschied, das heißt minus die 0,06. Und dann einmal Marktrendite, das Delta hat sich nicht geändert, 0,25 minus 0,05. Bevor ich das jetzt alles in den Taschenrechner eingebe, schreiben wir schon mal die Berechnung für B hin. So, bei B, die erwartete Rendite ist gefragt. Die erwartete Rendite für die jeweilige Aktie. Wie berechnen wir das? Und zwar brauchen wir einfach nur den Durchschnitt. den Durchschnitt beider möglicher Ergebnisse, beider möglicher Ergebnisse. So, da die Marktrendite ebenso wahrscheinlich 5 oder 5% beträgt, ebenso wahrscheinlich sind sie auch gleich verteilt. Das heißt, hier müssen wir nichts weiter berücksichtigen. Demzufolge können wir direkt wie folgt berechnen. Wir fangen wieder mit A an. Aktie A. Durchschnitt, Anzahl der Merkmalswerte. Hier die Summe bilden. In diesem Fall die 0,38. Dann plus die 2%. In diesem Fall dann eben minus 0,02. Und dann dividiert durch die Anzahl der Merkmalswerte. Das sind 2. Und dann hier einmal E, R. Und dann hier D. Und hier dann einmal die Summe. Defensive Aktie. Einmal die 0,12. Plus 0,06. Ich fange immer mit dem größeren Wert an. Und dann durch die Anzahl der Werte, die wir berücksichtigt haben, durch 2. Was weiteres müssen wir nicht berücksichtigen. Dann schlappen wir uns den Taschenrechner und geben das Ganze mit dem Rechner ein. Dann kann ich nochmal gucken, ob das so weit funktioniert. 0,38 plus 0,02. Oberhalb des Bruches unterhalb des Bruches unterhalb des Bruches. Dann haben wir hier das Beta für A. Wo ist der Mauszeiger? Da haben wir ein 2. Eine 2. Die ist aber ein bisschen zu groß. So, 2 doppelt unterstreichen. Und dann noch einmal hier das Beta für die Aktie D. Also 0,12 minus 0,06. Und dann eben dividieren wieder durch das Delta der Marktrendite. Und dann kommen wir hier auf 0,3 als Beta. Ein deutlich geringeres systematisches Risiko. Beziehungsweise Risikolevel. Als bei A. Und ja, A ist ja die aggressive Aktie. Deshalb können wir auch davon ausgehen, dass hier auch das höhere Risiko am Ende rauskommt. Und ja, aber das kann man sich ja nochmal so vergewissern. Okay, was habe ich jetzt hier eigentlich berechnet? Ich habe die Betas berechnet. Das systematische Risikolevel der Aktien. Und sehe auch, dass die aggressive Aktie, von der ich von Anfang auch ausgegangen bin, dass sie ein höheres Beta am Ende hat. So, und das spiegelt sich hier in den Ergebnissen auch wieder. Dann die erwartete Rendite. Und Bruch. Dann 0,38 minus 0,13. 0,02 dividieren durch 2 sind wir bei 0,18. Dann kann man hier nochmal hinschreiben. Das sind dann eben 18%. Und ja, das kann man jetzt direkt im Kopf hier rechnen. Und zwar 0,12 plus 0,06 sind 0,18. Durch 2 sind 0,09. Und das sind dann 9%. Auch das erste hätte man im Kopf rechnen können. Auch hier doppelt überstreichen. Und dann sehen wir hier, die wartete Rendite für die aggressive Aktie ist höher als bei der defensiven Aktie. Warum ist das so? Weil ich als Investor bei der aggressiven Aktie bereit bin, ein höheres Risiko auch einzugehen. Man könnte auch davon sprechen, ich bin risikofreudig oder Risikoliebhaber und habe eher die aggressive Aktie in meinem Portfolio drin. Und ich werde für das höhere Risiko dann entsprechend auch bei der erwarteten Rendite belohnt. Aber natürlich kann das Ganze auch nach hinten losgehen. Ja, das einmal dazu. Danke, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.